Hallo meine Lieben, heute zu einem neuen Video und zwar wie du die zwei letzten Wochen effektiv nutzt. Falls du auch zu den 92% gehörst, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonniere ihn jetzt und du wirst alles rund um den Hühler und unser Geschäft kennenlernen. Die letzten zwei Wochen sind ganz besonders, bei manchen ganz stressig, bei manchen klingt es ja so aus oder zum letzten machen sie noch die Buchhaltung oder sie tun Inventur machen. Alles ist möglich heutzutage. Deswegen nutzt die letzten zwei Wochen, um nochmal richtig Gas zu geben, dass so viel wie möglich offene Sachen, wo die es hier angefangen sind, abzuschließen, dass du mit einem freien Kopf nach den Feiertagen wieder anfangen kannst und einfach Gas geben kannst. Gas geben und sich nicht mit alten Sachen zu beschäftigen. Genauso zu Hause. Alles Alte. Versuch es zu erledigen, was du dir schon immer vorgenommen hast. Mach eine Liste, was du eigentlich machen willst, was du noch dieses Jahr eventuell machen kannst und das andere schiebst du dann aufs nächste Jahr. Aber versuch so viel wie möglich, swim so schnell wie möglich, das zu erledigen. Eine kleine, kleine Sache so schnell wie möglich zu erledigen. Ihr könnt ja die 10-Sekunden-Regel oder 5-Sekunden-Regel, fang sofort damit an. Deswegen mach dir eine Liste, mach deine To-Dos, wie du das jeden Tag machst und setz es um. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt noch eine letzte schöne Woche vor Weihnachten und wir freuen uns sehr und ganz liebe Grüße. Bis nächsten Sonntag in Liebe und Dankbarkeit, Sandra und Raphael. Schönen Tag!